Ein Raw Cake ist eigentlich ein Kuchen, der nicht gebacken ist, der kein Mehl drin hat und mit Ingredienzen hergestellt ist, die nur unter 42 Grad erhitzt worden sind. Dekonstruiert meine ich diesen Kuchen nicht wie in der High-Class-Gastronomie, wo man die Dessert teils mit einem Löffel zerstört und so serviert, so zerschmettert, sondern dekonstruiert ist dieser Kuchen in seiner Rohkostqualität, weil ich eigentlich mit der Ganache, die erhitzt worden ist, und auch mit der Couverture obendrauf die Rohkostqualität zerstöre. Die vegane Küche schliesst nicht aus, sondern da zieht alle mit ein. Also es geht eigentlich nicht darum, um vegan zu kochen für Veganer, sondern um eigentlich die vegane Kulinarik den Leuten näher zu bringen, dass vielleicht der Fleischkonsum ein bisschen weniger ist, weil man mehr feine Veganik richtig isst. – Sous-Fly – –